Hey Leute, ich habe mir heute mal meine Prinzessin Canis vorgenommen, die zu machen. Jetzt habe ich sie gemacht halt und ich wollte sie mal in einem Video auspacken. Ja und dann hoffe ich mal, dass sie so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Oh, müssen wir mal gucken, ne Leute? Jetzt machen wir das ab. Gucken wir erstmal den Schweifer an. Ich habe selber noch nicht geguckt. Sieht schon mal sehr gut aus, finde ich. Dann machen wir mal den Cup. Machen wir erstmal ab, das Gummi. Na ja, ich finde das ist ein bisschen komisch geworden. Das ab und das Gummi. Da. Jetzt muss ich die Hälfte noch abkriegen, ne? So, machen wir das ab. Hey, das Gummi bin ich ab. Müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt mache. So, ich kriege jetzt hier dieses Gummi nicht ab. So, jetzt. So, Leute. Ups. Jetzt gönnen wir das noch weg. Tun wir hier hin, ne? Dann machen wir jetzt noch die letzte Seite. Eigentlich muss das Alltag trocknen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich jetzt so gespannt bin, wie es aussieht. Und ich kriege wieder dieses Gummi nicht ab. Und wie war der Tag so gut, ne? Ja, bestimmt. Jetzt frag dich, woher ich das weiß, hm? Tja, ich bin ein Häuser. Und wenn es nicht gut war, dann ist das doof. Ne? Ja. Ja. Da stimmt hier mit zu. Ich mache hier gerade hinten... Ah, jetzt. Ups. So. Das letzte Stück noch ab von Gummi. So. Machen wir das noch weg, diesen Müll kurz. Ne? Hier. So. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie sie aussieht. Ich bin selber auch gespannt. Erst drehen wir den Kopf natürlich, ne? Dann der Schweif. Ich finde, er ist so... Na ja, geworden. Ihre Haare finde ich schön jetzt. Aber ich hätte das ein bisschen weiter auf die Seite machen müssen. So. 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 Und das Glitz zerstört. Ne, Leute? Ja. Stimmt ihr mir auch wieder zu. So. So. Das tun wir auch auf die Seite. Wartet, ich mache jetzt den Kopf und dann mache ich da diese Strähne hin. Normalerweise Pink. Also das ist meine neue Cadence. Ich werde da jetzt noch hier später... Also das ist meine Cadence. Ich werde jetzt noch später hier dieses Gold abschneiden. Ihr seht ja, wie das aussieht dann. Aber sonst bin ich es eigentlich gut, ne? Findet ihr nicht? Äh, könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch an Cadence gefällt, was euch nicht gefällt. Ich glaube, ihr schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, das Glitzer. Aber ich mag die Haare. Ich finde die so schön. Also die hier jetzt so. Ich finde sie sehr schön, bis aufs Glitzer halt. Ähm, ja, dann bedanke ich mich fürs zu Ende schauen. Ähm, hoffentlich gefällt dir mein Video. Ähm, ja, auf eure Kommentare, Abonnenten und natürlich Likes. Natürlich nur positive. Ja, und dann wünsche ich euch euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und dann sage ich nur noch Bye, Leute!